Die Ansprüche an die moderne Landwirtschaft haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr gedreht. Bonkrop als Biostimulanz ist hervorragend geeignet, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Biostimulantien bestehen aus unterschiedlichsten Dingen. Das können Mikroorganismen sein oder wie bei uns Algen. Algen sind in der Landwirtschaft schon seit vielen hundert Jahren bekannt, aber wir haben mittlerweile ganz andere technische Möglichkeiten, die Inhaltsstoffe und Wirkstoffe zu extrahieren und dann auch gezielt auf die Flächen zum richtigen Zeitpunkt zu bringen. Bisher haben wir zwei Varianten von Bonkrop. Bonkrop Solid als Granulat wird vor allen Dingen im Unterfußbereich eingesetzt, um da bilanzschonend zu arbeiten. Wir haben auf der anderen Seite Bonkrop Flow, ein flüssiges Produkt, was über die Spritze ausgebracht wird und da eigentlich in nahezu jeder Kultur eingesetzt werden kann. Sehr häufig haben wir Herausforderungen für Betriebe im Maisanbau, weil eben mit Wirtschaftsdünger gearbeitet wird. Da greift die Düngeverordnung natürlich vielerorts schon relativ stark. Mit Bonkrop Solid haben wir durchweg positive Erfahrungen gemacht. Wir haben vor allen Dingen sehr viel getan gegen den Stress. Gerade in der Jugendentwicklung des Maises ist er ein tolles Wurzelwachstum erreicht. Der Raps ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Kultur in der Kulturführung selbst. Die Effekte von Bonkrop Flow im Raps zeigen sich über einen sehr guten Ölgehalt. Insgesamt haben wir einen hohen Ertrag und auch beim Dreschen sind die Schoten etwas fester. Beim Getreide ist es sehr, sehr wichtig, neben einer guten Bestockung eine ordentliche Ehrenanlage hinzubekommen. Bonkrop wird bei uns standardmäßig im Frühjahr eingesetzt. Für uns hat sich der Zeitpunkt vom Ende des Bestockens zu Anfang der Schossens, wenn der Kurzspritzmaßnahme am besten etabliert. Bonkrop unterstützt die Kartoffel vor allen Dingen, indem sie einen sehr großen Einfluss auf den kompletten Stoffwechsel nimmt. Das fängt an mit der Photosynthese, mit einem deutlich besseren Wurzelwachstum und einer sehr, sehr hohen Toleranz gegenüber abiotischem Stress. Und am Ende führt das einfach dazu, dass wir gleichmäßiges Wachstum kriegen. Gleichmäßiges Wachstum führt zu einer besseren und höheren marktfähigen Ware. Der Praxiseinsatz hat einfach gezeigt, dass wir mit Bonkrop Flow in der Zuckerrübe eine sehr gesunde Pflanze über die Vegetation gebracht haben, sehr vital. Sie steht länger da als ohne Bonkrop, das heißt, sie lässt die Blätter nicht so schnell hängen. Wir haben nachher sehr schöne geformte Rübenkörper, sehr gleichmäßig, ein ordentliches Wurzelsystem, gute Zuckergehalte und einfach vitale Pflanzen. Mein Fazit zum Einsatz von Bonkrop im Ackerbau ist ganz einfach, machen. Das ist ein ordentliches Wachstum. Untertitelung des ZDF, 2020